Ähm, Leute, wo bin ich hier gerade geladen? Und ey, ich werde die ganze Zeit verfolgt von der Lupe. Was sind die von mir? Ey, lass mich in Ruhe sofort. Hä? Die sind die ganze Zeit an mir. Warum, Leute? Und warte mal, hier sieht es aus wie ein Pet-Simulator, oder nicht? Seht ihr das? Die hatten da noch so auch eine Band, die man sich freischalten muss. So, Leute, können wir die schon vielleicht aufmachen? Ich glaube noch nicht. Und es sind ganz viele Blumen und, ähm, Holzstämme auf dem Boden. Okay, für was, Leute? Warte mal, hier kommen wir, glaube ich, noch nicht weiter, oder? Nein! Warte, ich glaube, ihr könnt hier draufklicken, oder? Ja, das ist echt ein Pet-Simulator. Seht ihr das? Wie krass ist das denn? Und jetzt kriegen wir die ganze Zeit Münzen, glaube ich, oder? Ja, es wird immer mehr, Leute. Perfekt. Und dann können wir auch gleich wieder upgraden, damit das noch schneller geht. Was? Er hat einfach viel Lupe, habt ihr es gesehen? Niemals. Hier kriegen wir eine zweite Lupe, Leute. Hier für 125 Dollar. Let's go. Und die kann man alleine kriegen. Oh nein, wir haben zu wenig, Leute. Nein, das darf nicht wahr sein. Unsere Lupe ist wieder hier. Was machst du hier? Geh arbeiten sofort. Wir brauchen richtig viel Kohle und zack. Let's go. Der nimmt einfach wirklich die Sonnenenergie, Leute. Und dann seht ihr, es ist hier richtig am Rutzeln. Wie heftig. So, ich glaube, wenn das hier fertig geladen ist, sollten wir genug haben, oder? Ich glaube, das gibt uns hier ungefähr 500. Alleine durch die erste Wand zu kommen, das wird ja schon richtig schwer, oder nicht? So, jetzt könnt ihr auch ein bisschen hören, wie das hier am Rutzeln ist. Hört euch das an, Leute. Es geht richtig an. Aber, Leute, solange wir warten müssen, vergesst nicht auf Abonnieren zu drücken. Da verpasst ihr keine Videos mehr von diesem Kanal hier. Und dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Ich will auch so viele haben, Leute. Schaut euch das an, wie schnell es bei mir geht. Viel zu OP. Aber, Leute, gleich können wir uns endlich unsere zweite holen. Warte mal, kann ich das auch sammeln? Ja, ich kann einfach Geld klauen, Leute. Nein. Wie krass das denn? Schaut euch das an. Jetzt können wir uns hier sofort die zweite Lupe holen gehen. Let's go. Die zweite wird schon viel teurer. 1200 brauchen wir dafür. Das können wir sofort so was von abschminken. So, let's go. Und das kriegen wir raus. Eine nicht so besondere. Wow. Die war gar nicht, ist, glaube ich, gar nicht so selten. So, wir rüsten die mal aus. Zack. Jetzt haben wir zwei Stück. Und jetzt können wir noch schneller Geld verdienen. So, warte. Ich packe mal auch hier hin. Und jetzt? Schaut euch das an, Leute. Das geht jetzt doppelt so schnell, glaube ich. Let's go. Behalten euch. Hier vorne liegen auch noch ganz viele Münzen. Da sind die alle von mir, oder was? Oder kann ich einfach mit den anderen Spielern klauen? Das wäre lustig. Wenn das geht. Weiß, wir können jetzt sogar schon die dritte holen, oder nicht? Ja, können wir. Let's go. Worauf warten wir? Und zack, Leute. Wir öffnen die nächste Kiste. Let's go. Was kriegen wir? Ach, dies. Oh, die ist, glaube ich, schon ein bisschen seltener. Aber auch noch leider nicht so. Okay, Leute. Können wir die dritte auch ausrüsten? Ja, können wir. Wir können insgesamt vier Stück ausrüsten. So, jetzt sind die hier noch schneller am Arbeiten. Jetzt können wir uns wieder die nächste holen, Leute. Da haben wir schon vier Stück. Nice. Nice. Und dann sollten wir schon richtig schnell zur nächsten Welt kommen, oder nicht? Und zack. Da haben wir die nächste aufgemacht. Was kriegen wir bitte? Ah, die ist gar nicht selten, Leute. Gar nicht gut. Egal. Wir machen weiter. So, ich glaube, die sind hier gerade eh schon fertig. So, die nächste Lupe ist da. Und zack. Arbeite mit denen. Und es funktioniert, Leute. Wir können jetzt schon eine fünfte holen, aber die brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach gleich zur nächsten Welt rüber. Oder wir sparen für die nächste OP-Kiste. Dann geht's, glaube ich, viel schneller. So, und zack. Fertig. Mach mal hier weiter zu zweit. Und du hier alleine. Zack. Du hier auch alleine. Und die sind zu zweit. So, nochmal. Hä? Was passiert hier immer? Warum werden die immer getrennt? Das ist komisch, Leute. Ich glaube, ich muss alle vier gleichzeitig aussehen. Hä? Das geht nicht. Warum nicht? Ich glaube, ich muss die echt immer zu viert arbeiten lassen. Dann funktioniert. So, oder? Jetzt habe ich die aufgeteilt. Zwei sind da und zwei sind hier. Let's go, Leute. Ich hoffe, das bringt mehr. Ich sehe schon. Wir haben gleich die 500 voll. Wir brauchen, glaube ich, überall 1.000, Leute. Oh nein. Und so müssen wir uns direkt die 5.000 voll machen. Das können wir eigentlich auch machen. Dann muss ich halt ein bisschen länger warten. Aber für euch macht das eh keinen Unterschied. Okay, Leute. Wisst ihr was? Das dauert echt lange, bis ich hier alles fertig habe. Deswegen würde ich sagen, wir haben gerade erst mal ein bisschen genug gespart. Wir könnten uns hier mal eine stärkere Lupe holen gehen, oder? Hier für 1.200. Aber für die nächste Welt wäre das, glaube ich, dann eh besser, wenn wir so eine O-Pink-Lupe haben. Und ich würde sagen, wir machen die Kiste auf. Let's go. Mal gucken, was wir kriegen, Leute. Bitte. Nein. Das war gar nicht so selten. Ich gucke mal. Ist die stärker? Oha, die ist viel stärker. Seht ihr das? 4.8. Die erste hatte nur 1 mal 1.01 oder so. Das heißt, die muss richtig gut sein. Dann schauen wir mal, Leute, wie schnell die alles kaputt machen kann. Ob es uns jetzt viel schneller geht. Ich glaube, wir hätten das viel früher machen sollen, oder? Ja, dann schaut euch das an, Leute, wie schnell das geht. Nice. So, hier vorne haben die gerade auch ein bisschen abgebaut. Hier können wir auch wieder hingehen. So, zack. Wir brauchen langsam echt die 5.000 Münzen, Leute. Wir müssen hier weiterkommen, damit es ein bisschen schneller geht. Ey, das ist mein Vollstab. Weg da. Und zack. Es ist jetzt völlig abgebaut. So. Da vorne sind aber noch ganz viele. So. Und der macht das jetzt alleine, oder? Moment. Ich versuch's mal, ob ich das irgendwie hinkrieg. So, ist mal alle da hin. Und jetzt einer nur hier hin. Die anderen auch. So, und der ist jetzt alleine, Leute. Seht ihr mal den Unterschied? Nein, ich seh nicht, wie der kaputt geht. Irgendwie sehe ich hier nicht die Lebensanzeige. Aber egal, Leute. Es funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Wir können uns auch eigentlich schon einen zweiten von der Sorte holen. Oder nee? Ich find's angewandt jetzt einfach in diesmal. Oder was? Bring uns eigentlich die ganzen Diamanten, die wir haben. Können wir damit irgendwas machen? Ich guck mal schnell. Nicht, dass wir die hier umwandeln können. Das wäre ja richtig gemein. So. Hey, ich hab hier den Ballon umgekommen, Leute. Wir haben genug. Wir können weitergehen. Nein, ich hätte das viel früher machen sollen. Egal, Leute. Let's go. Wir gehen erstmal in die nächste Welt. So, Leute. Behalten euch. Ihr müsst weiterarbeiten. Boah, hier gibt's ne Sandburg. Schau euch die an. Mal gucken. Ich glaub, die hat jetzt richtig viel Leben, oder? Ja, die hat 3000 Leben, Leute. Ich glaub, in der Anzeige, da ändert sich fast gar nix. So, ich geh erstmal meine anderen Münzen nachholen, die da vorne rumliegen. Und dann gucken wir, was wir mit den Diamanten machen können. Wir müssen schnell weiterkommen, Leute. Wir können nicht für immer hier bleiben. So, da liegen noch ein paar Münzen von uns. Ey, warum ist eine Lupe hier? Geh los mit den Arbeiten. Nice. So, was kann ich mit den Diamanten machen, Leute? Ich guck mal hier. Hier ist ne Sammlung. Welches hier alles gibt. Kann man hier irgendwelche auch kaufen? Nein, ich glaub nicht. Okay, was sind die Gemsbringer? Aber ich wüsste es auch nicht gesehen. Ich guck mal mal bei den Kisten. Vielleicht kann man die für Gems holen. Das war auch alles mit ner Währung, oder? Ja. Mit den normalen Münzen ist das alles. Oder hier ist was in Blau. Kann man da vielleicht Gems, der Upgrade steht. Da, guck mal. Warte mal, ich geh da mal hin. Ey, warum bist du wieder bei mir? Los. Hilf den Bros. So, zack. Ich guck mal, was ist hier? Ah. Wir haben eh viel zu wenig dafür. Seht ihr das? Wir brauchen mindestens 1000. Dann kriegen wir Speed oder Damage. Mehr Schaden. Das wäre richtig OP. Dann würde ich sagen, holen wir sofort Schaden, wenn wir die Möglichkeit haben. Und dann kommen wir viel schneller und viel besser weiter. So, die haben bis jetzt die Hälfte geschafft, die ich war, oder? So, ich würde sagen, ich hol mal einen neuen richtig krassen OP-Lupe. Wir könnten, glaube ich, sogar zwei holen. Dann sollte es wieder viel schneller gehen, denke ich. Oder? Ja. Wir können zwei holen. Perfekt. Dann machen wir das, Leute. So, erstmal den ersten. Komm schon bitte, ein richtig guter, bitte. Und. Oha, das ist selten, Leute. Nice. Wir haben richtig gut bekommen. Und nochmal. Bitte. Und zack. Okay, das ist nicht so selten. Egal. Wir haben einen krassen bekommen, Leute. Wir equippen jetzt die besten. So. Wir haben die besten equippen. Der hat 13, Leute. Oha, der erste hatte nur eins. Ich glaube, das ist irgendwie der Multiplikator oder so. Leute, das heißt, er ist jetzt richtig stark. Das sollte jetzt richtig schnell gehen, oder? Eben habt ihr gesehen, wie langsam das war. Komm schon. Und. Oha, ich sehe auch schon. Das brusselt jetzt richtig anders. Das sieht jetzt viel stärker aus irgendwie. Und da passiert auch viel schneller was, oder? Ich sehe den Balken nicht so gut. Wo ist der? Da. Das geht jetzt auf jeden Fall viel schneller, Leute, oder? Sieht ein bisschen so aus. Los, Leute, behalten Sie. Wir müssen in die nächste Zone. Warte mal, wie teuer ist die eigentlich? 25.000 brauchen wir dafür. Und nein, Leute. Das könnte ein bisschen schwer werden, Leute. Aber egal, wir schaffen das. Niemand aufgeben. So, ich gucke hier nochmal. Wir haben die besten equippt, okay? Der ist schlechter. Womit der equippt? Oder sollen wir die hier wieder aufteilen? Weil ich glaube, wenn die aufgeteilt sind, funktioniert es irgendwie besser. Ich weiß nicht, ob das echt was bringt, aber ich habe das Gefühl, das ist besser so. Und ich sehe gerade, wir haben 500 Gems. Das konnten wir jetzt auch mal für 500 Gems gucken. Reichweite und mehr Platz. Wie mehr Platz. Aber für was? Müssen wir doch mal gucken. Wo war ich eben? Da. Warum sind wir weggegangen? Okay, Leute. Bis 25.000 warten wird, glaube ich, noch viel zu lange dauern. Wir müssen gleich die nächste Kiste aufmachen. Da wird uns die stärkere. Die für 5.000, glaube ich. Gleich sollten wir genug haben. Ah, und wir können mit den Gems uns wieder teleportieren. Das war ja auch beim Pen Simulator ähnlich. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit hier rumlaufen. Nice. Und wir haben genug, Leute. Let's go. So, ich kann die zwei hier wieder weiterschicken. Hier. Machen wir so lange weiter. So, wir haben genug für die nächste Kiste. Ich hoffe, wir kriegen jetzt einen richtig starken. Und da stärkst hatten wir jetzt hier eine Attacke von 13. Mal gucken. Und jetzt bin ich hier wieder rüber gelaufen. Ich hätte mich teleportieren können. Moment, das mache ich jetzt, Leute. Und zack. Ich bin da. Perfekt. Hier, die nächste Kiste für 5.000. Schaut euch die an. Ich bin bereit, Leute. Oha, was gibt es hier für gute? Wir schauen einfach mal, Leute, was wir hier rausbekommen. Und bitte. Oh, was richtig krasses. Ja. Nein, das ist auch nicht so selten. Mal gucken, wie stark der ist. Der hat 15. Oha, das ist unser stärkster. Und schaut euch an, wie die Lupe aussieht. Die sind richtig nice. Hier mit zwei Katzenohren. Und da ist eine blaue. Keine Ahnung, was das sein soll. So. Let's go. Jetzt seid ihr, glaube ich, noch schneller. Mal gucken. Ja, jetzt geht es viel besser, Leute. Seht ihr das? Das ist jetzt viel schneller. Immer hat es viel länger gedauert. So. So, ich schicke ihn gleich sofort wieder weiter, Leute. Die sind noch nicht fertig mit der Arbeit. Es geht noch weiter. Da vorne. Perfekt. Ich würde sagen, bei 5.000 holen wir uns, glaube ich, wieder in die nächste Kiste. Weil so geht es dann viel schneller, habe ich das Gefühl. Okay, Leute. Ihr seht es schon. Ich habe wieder ein bisschen gespannt. Also, wir könnten schon gleich da rüber gehen, endlich. Es ist doch gerade schon so lange. Weil hier gibt es so wenig Burgen. Hier ist wieder eine. Perfekt. So, und in der Zeit würde ich erstmal schon eine neue Kiste aufmachen gehen. So, ich teleportiere mich. Und zack, bin da. Und ich sehe gerade, wir haben über 1.000 Gems. Let's go, Leute. Dann können wir auch gleich endlich die Stärke da holen. Dann solltet es noch mal schneller gehen. Und erstmal die neue Kiste wegkriegen wir. Nein. Das ist auch nicht so krass. Das hatten wir doch schon. Das ist sogar schlechter. Egal. Das haben wir jetzt ausgerüstet. Let's go. Da müssen wir jetzt, glaube ich, wieder hinlaufen. Wir können jetzt nicht mehr teleportieren. Nein, das geht nicht. So, egal, Leute. Ich sammle jetzt die ganzen Münzen auf. Und dann holen wir uns die Upgrades. Mal gucken. Jetzt sollte das viel schneller gehen, oder nicht? Ich hole mehr Damage. Zack. Hä? Das war schon? Das war das Upgrade? Mal gucken, Leute. Ob das jetzt schneller geht? Und ich gucke mal zu. Oha, seht ihr den Balken da? Das funktioniert jetzt viel besser, oder nicht? Und? Wir haben gleich schon die Hälfte. Doch, Leute. Das funktioniert richtig gut. Und gleich können wir da endlich rüber gehen in die nächste Welt. So, Leute. Es fehlt nicht mehr so viel. Let's go. Oha, nur noch 7000, glaube ich. Und dann können wir endlich da rüber gehen. Und ich kann ja schon mal rüber gucken. Was sollt uns da warten, Leute? Hä? Was ist alles auf dem Boden? Ich erkenne es nicht. Was soll das sein, Leute? Sieht irgendwie komisch aus. Irgendwie wie Mondgestein, oder? Wir werden es gleich auf jeden Fall richtig sehen. Wenn wir da nicht durchgehen können. Komm schon, walten euch, Leute. Ich muss endlich weiter gehen. Zur nächsten Welt, bitte. Und gleich ist endlich soweit. Oder warte mal. Hier liegen noch ein paar Pflanzen von eben. Und haben wir genug? Nein, das war zu wenig. Und jetzt aber. Wir sollten jetzt gleich genug haben. Und? Jetzt können wir in die nächste Welt gehen. Let's go, Leute. Ich bin gespannt. Oder wir sind in der Höhle, oder? Guck mal, ist denn alles ernst? Guck mal, da ist Gold ernst. Holst euch das Gold, Leute. Beide euch. Wir brauchen richtig viel Gold, Leute. Wir müssen euch gleich neue Loops hier holen. Damit ihr ein größeres und besseres Team habt. So, es gibt sogar Kohle, Eisen. Und wir farben gerade an Gold, Leute. Ich glaube, das ist das Beste. Was geht? Hier ist noch irgendwas Orangenes. Oha, was ist das? Kupfer vielleicht? Könnte sein. So, ich gehe erst mal die Münzen hier wieder holen. So, sind das schon genug. Nein, noch viel zu wenig. Wir holen uns noch die letzten ab von eben. Da haben die ja gerade gearbeitet. Das holen wir uns doch schnell. Aber, Leute, schaut euch an, was wir in diesem Video geschafft haben. Wir wandern in der ersten Welt. Hier bei der zweiten am Strand. Und jetzt sind wir einfach in der Höhle. Und farben Golderze. Wie krass. Und als nächstes wird es richtig kalt, glaube ich. Aber, Leute, das werden wir jetzt leider im nächsten Video sehen. Deswegen, wenn ihr es nicht verpassen wollt, drückt auf Abonnieren. Dann bekommt ihr es mit, wenn ich es hochlade. Und dann würde ich Ihnen sagen Tschööö.